Ja, da sind wir wieder bei Let's Play Mind the Craft Together. Der Sandro ist gerade bei unseren Schafen und schert zu. Oh ja. Leckfrei. Leckfrei, ja. Wir haben's rausgefunden. Ich hab ja... Ich hab keine Ahnung warum. Ja, es ist ein komischer Fehler, aber Sandro hat mal die Sprache auf Englisch umgestellt und jetzt geht's komischerweise. Ich hab's vorher auf Deutsch gehabt und ist abgespackt, aber naja. Oh. 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 Nein, ich schau das Schwein hier an. Oh. Und das da hinten auch. Oh. Nein. So, erstmal Musik an. Und ich würd sagen, wir haben jetzt in der Zwischenzeit, weil wir haben jetzt stundenlang gebraucht, um dieses Problem zu fixen. Ähm, bisschen Wolle gefarmt. Ihr seht, ich bin wieder Level 20, also Offskin haben wir wieder ein bisschen Scheiße gebaut. Oh ja. Nichts weltbewegendes, aber... Ja, hinten Karotten und Kartoffeln jetzt angebaut, also neben den Karotten. Und... Ja... Was soll ich jetzt noch sagen? Wir haben ein bisschen viel Wolle. Ich würd sagen, wir fangen mit dem Bauprojekt an. Ich schmeiß mir hier die Schere weg. Nein! Dat hier ist der Müllein. Warte, ein paar Weiße brauchen wir noch. Oder? Reicht das? Ich hab mir den Schere weggeschmissen. 10, 12, 13 Stacks weiße und... Warte. 10, 14 Stacks rote. Wir sollten aber erstmal schlafen gehen. Hä? Wie ist das Tag? Ja, schau mal, wo die Sonne steht. Wir haben übrigens jetzt... Wir sind immer noch auf Minecraft 1... 1, 4, 7. Und... Ja, was gibt's noch Schönes zu berichten? Eigentlich nicht viel. Nicht viel, ja. Wir haben ein neues Texture-Pack. Texture-Pack. Von Honeyball wieder. Und hier leckt's immer an dieser Stelle. Das geht gar nicht klar. Konstant 40 Bilder. Woher? Und jetzt hier... Ja, hier. Ich bekomme hier ein Leck. Da manchmal. Und hinten bin ich beim... Wenn ich beim... beim Händensafter links vorbeilauf. Da unten, wenn's zum Strand geht. Okay. Und... Ja. Alles klar. Alles klärchen. Gut. Kurz pennen gehen. So, wir brauchen Fackeln. Wir brauchen Holz. Was war's für mein Bett? Wird leider? Keine Ahnung. Shadows Truhe, dann wird das dein Bett sein, oder? Hängerstruhe, dann ist das mein Bett. Na, you could only sleep at night. Okay. Dann können wir beide. Ich klau ja nicht meine Diamanten raus. Ah. Willst du mich immer sehen? Ja. Warte. Warte. Sind's denn der Ender-Chess? Ja. Ja. Bin's noch da. Schmeiß sie doch vor mir auf den Boden. Ich schau's mir dann an. Warte. Warte. Du musst in die Kiste... steckst halt einfach in die Erstenskiste. Guck mal. Alter! Wuuu! 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 Du, der kleiner Lulatsch. Drei Schwerter, zwei Diamant, Hacken... Ich schaufle glaube ich nochmal. Ok. Und du willst auch alle jetzt zu Level mit 80 aufrüsten, oder? Ich hab's mir erst hier schon. Also Rüstung, Schwerter... Wie wir den Fehler Mango hier로 besteilen, bla-bla bla. Wie wäre es, wenn du dein Licht über dein Hamachi laufen lässt, bla bla bla. Ja, also wir lassen es über Matschi laufen, damit wir uns kein anderer entscheiden können. Ja, und es regnet, ey. So, ich nehm mal... Ah, sehr schön. Ich nehm mal kurz Dirt mit, für Gerüst, oder? Brauchen wir Sand? Wir haben nur ein paar Decks. Holz brauchen wir nicht, oder? Nee, glaub nicht. Eisen lass ich mal drin, das lass ich mal drin. So, ich hab ein bisschen Dirt für Gerüst. Ich hab so vieles Grab dabei. Was hab ich denn da noch? Okay, Fackeln hab ich genug. So, Sand. Haben wir ja alles. Ja, und wozu brauchen wir die Wolle? Das werden wir jetzt aufklären. Warte. Den Teil mal ein bisschen weiter links auf dem Bildschirm. Damit ich den besser sehen kann. So, ich nehm mal die ganze Weiße mit, oder? Oh, dann nimmt jeder 50-50. Komm, die mal 50-50. So, ich bin voll. Äh, du musst die restliche Wolle mitnehmen. Ja, ja, warte doch mal, warte doch mal. Halt, stopp. Jetzt wolle ich. Sand musst du auch mitnehmen. So. So. Ali-hüpp. Dann hab ich noch Platzchen etwas. Raus. Raus. Ja, genau. Nimm mal du noch. Ach, hab ich noch Holz? Ja, ich hab noch Holz. Ich hab noch ganz viel Holz dabei. Ja, ich hab rohes Holz dabei. Ach, Stein. Hab ich schon. Und fackeln. Fackeln. Habe ich ne Axt? Ne, kann ich mir ja craften. So. Na kommst du. Juhu. Warte. Schmeiß sie hier rum. Oder legst sie in die Kiste, ist mir wurscht. So, meine Schildgrüte, meine Unterwasserschildgrüte muss ich auch nochmal irgendwie verbessern. So, jetzt bauen wir erstmal. Boah, schwimmen wir hin. Ich geh schneller, oder? Ich geh mal ein Häuschen. Mit dem Textopack. Dein Häuschen? Mein Häuschen. Wie ist man meins überhaupt sehen? War sie überhaupt schon drin? Äh, ne. 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 Das ist dann da unter uns. Hier unten. Hier unten. Da gehts glaube ich zu ner Höhle runter, oder? Glaub schon. Ja, da hab ich vorhin, da hab ich letztens Diamanten gesuchtet. Gesucht und gesuchtet. Soll ich ja kurz den Eingang zeigen? Den muss ich noch verbessern. Hehehe. Tauchglocke. Das ist keine Tauchglocke, das ist jetzt bis jetzt so wie in... Bioshock. Jetzt musst du runtertauchen. Alter, hab ich viel Luft. Ich hab noch kein Ding verloren. Jetzt hab ich eine Blase verloren hier. So, hier kann man Luft nachtanken hier. Wenn du willst. Warte, warte. Hier, du hast mein zweites Ding verloren, ja. Äh, ich bin schon bei der letzten jetzt. Und ich muss jetzt hier rein, sonst sterbe ich. Warte, warte. Einmal vor allem warten. Ja, natürlich. Zieh dich. Neh, mal ein halbes Herzschaden. Ja, mit Woll hab ich dich gehauen. Ich geh da mal hier rein, tschüss. Ich schau von außen zu. Hallo. Hallo. Schau, siehst du das hier? Nur hier am Rand ist... Das sind die ganzen Eisenböcke. Siehst du sie? Die sind wertvoll. Wertvoller ist dein gesamtes Haus hier. Na, du bist ein Geist. Du bist ein Oktopus. Nach zwei Blasen. Komm, schwimm hoch. Alter, wie viel Luft. Hm, ist doch cool. Dann kannst du zu deinem Arztgenossen in den Oktopussis hier gehen. So. Dann steht schon eine Kiste bereit. Das reißen wir noch dann ab hier. So. Das hier? Ja, das Holzgestell halt. Das machen wir am Ende. Und hier wollen wir jetzt Wasser bauen. Aber was verrate ich noch nicht? Was ist denn da noch drin? Da ist schon Wolle drin. Cool. Mhm. 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 Ich hab ja mal gefischt. Warte, fuck. Tu mal die Wolle hier erstmal rein. Hier oben. Ja, nicht so. Hey, hier du. Kann ich auch. Alles rein. Jetzt hab ich dirt rein. So. So, jetzt brauchen wir Sand. Ich brauche Sand. Wollen wir das hier größer machen? Ja, natürlich. Aber jetzt muss ich das hier machen. Natürlich. Ist aber kein Stein dabei. Auch ein Boden aus Holz. Äh, ich hab, ich hab Cleanstone dabei hier. Zack. Ist drin. 150 Stück. So. Ich mach jetzt gleich erstmal weiter. Und hier den Dirt, äh, ja, das, den Dirt hier raus. Die Erde. Es soll ein sandiger Boden am Strand sein. Hm, 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 hm. Wie groß ist denn? Ähm, boh, 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 boh. Ihre Nix Wissen. Oh, ich hab Clay gefunden. Brauchen wir Clay? Nein. Doch. Oh, okay. Alles in der Küste. Ja, okay. so setzen wir jetzt alle schön hier durch oh mein wie nett die musik bin ich auch mach auf der anderen seite mal ich glaube jetzt müssen wir etwas größer werden ja ja ich komme schon drin na komm muss aber noch natürlich aussehen sieht doch fast natürlich aus wir sind zu eckig hier ich glaube das reicht schon oder ich glaube auch kann man das mal grundriss oder stein oder kein clean stone jetzt machen wir erst mal dirt oder ja genau und erst mal was ja sollte reichen wie groß ungefähr also schon etwas so du groß mache ich hier einen weg alle weg dann machen wir die platte ist hier 1 2 3 4 muss ich auch hier haben aber dann müssen wir noch mal aufschütten hatte lasst du erst mal gucken ich stehe trotzdem noch mal ein bisschen auf ja komm vielleicht etwas fett oder obwohl nö passt doch 1 würde vorgehen also warte ich gehe hierher ok und also dann nach rechts war auch nicht schlecht oder sprich so schwer und hier dann jetzt hier schon ein hier schon hm da kann man auch ja was hast denn du hab ich doch richtig gebaut 1 2 3 4 2 2 oder wie viel waren es? 2 und dann 4 3 4 so also 4 4 quer 4 quer und eine in der Mitte also zwischenrein also 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 passt doch passt doch hier ist so äh stimmt gerade irgendwas nicht ja so ist gut sind die anderen aber falsch ok 1 2 3 4 ich glaube ich ihr seht schon was es sein wird was es wird nein gar nicht 1 2 3 4 1 rüber 1 2 3 4 1 rüber ja dann hier noch BAM weg so ja passt eigentlich von der Größe her oder? ich will nur wissen ob man ne es soll ja auch ähm in der Mitte soll ein Block also in der Mitte muss ein Block sein weil hier sinds grad 4 ne? mhm das soll man eckig machen dass man halt den weglassen eckig 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 theoretisch muss er noch mal um 1 größer weil warte wenn das hier der Mittelpunkt ist kann man die auch kurz weg 2 da müssen es doch 2 sein warte mal kurz kannst mal kurz hier Betten bauen wir haben ja Wolle und Holz warte ich mach was was schön ist ja ne Strandbar bitte mit Tequila äh ähm 2 warst weg 1 2 3 4 1 2 muss ich hier nochmal aufschütten ne Eightüttü y bösst mich Charlesd keine Erde're ruf oder as du ne Next update Boah, ist ja wunderschön, dass du hier machst. So, hier nochmal ein Stack, ne kriegst du nicht. Ah, dunkel, dunkel. Müssen wir noch ein paar Fackeln hier neu setzen. Vorhin noch was spawnt. So. So. Ich mach uns was schönes. Wunderschön. Wunderschön. So, äh. 5, 2, 3. Natürlich. Hast du noch, hast, haben wir noch Ding? Ding ins Kirchen, du weißt schon. Was für einen Kirchen? Ähm, Sand. Oh, noch mehr Sand. Die Spannung steigt. Yes! Ja, die Musik ist nicht so spannend. Wohl eher nicht. Natürlich. Leugne nicht die Spannung. Ich glaub, das ist etwas zu niedrig. Was? Unser K-Satel. Rio. Keine Ahnung. Was? Was? Was für ein Castle, Dale? Unser Blackwood Castle. Black Cock Castle, okay. Ich brauch mir erst die hier leer. So. 1, 2, 3, 4. Diagonal. So. Ist doch nice, oder? 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Stimmt doch was nicht. Doch was. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. So groß muss es sein. Ist irgendwas falsch, oder? 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 2 3 4 1 2 1 2 das ist der mittelpunkt oder? du brauchst jetzt den mittelpunkt weg? oder? na bist ein bobby? ne ich bin bobby ja. du musst ein 5 wird sein. oder 3? mach mal 3. bist du echt ein bobby? ne 3 passt nicht 3 passt nicht wenn dann 5. ist das hier die mitte? ne das ist die mitte? ja. geht das nicht mit vieren? äh mit zweien. wenn das hier die mitte ist, warte mal kurz. fau mal die inneren ab. 1 2 3 4 5 ich will das der hier die mitte ist, der hier. so. ähm. ich muss aber hier noch hören. ja. ich mach den hecht. so. das ist fast nicht ganz. ja. warte. mathe. ähm. schauen wir den mond an. nach meinen berechnungen ist die lösung kamel. alter. 1 2 3 4. da sind 6 hier an der seite. warte. 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 ich nehme jetzt so viel dirt weg bis du nichts mehr machen kannst. alter. soll ich dir ein rad bauen hier? das ist der verfuckte. verfickte. alter. das wird zu eng. was machst denn du? warte doch mal. was machst denn du hier? nichts. boah ey. entweder lässt du hier einarbeiten. mal gucken was da da rauskommt. aber ich finde 5 auf 5 ist ja ein bisschen größer und imposanter oder? wirklich. geht das hier so? das sieht aber schon ein bisschen enger aus hier drin. was das so? ja machen wir. ich wollte eigentlich 5 auf 5. ja machen wir halt hier 3. ja lass doch. ich geh noch ein weiter hinter. wie ein weiter hinter. welche richtung da oder? zum haus? zum unserem? ähm. in die Richtung. in die. ok. also alles einmal verfrachten. dann ist das jetzt der mittelpunkt hier. na komm. einfach den hinteren weg halzen. schlimm machst du es? ja ja. hab ich schon gesehen du hast es voll drauf. was hab ich? duftest voll drauf. natürlich hab ich alles drauf. sooo. popopopopop. alles klar. mitte. ok. dann äh wolle. was fang mal an? weiß oder rot? stein oder? stein? ach ja. clean stone oder kabel? pffp. machen wir ähm stone bricks. so. so. ziedel scheint hier. ja. dann müssen wir jetzt aber wieder zum haus zurück. warte. ich wart jetzt mal bis es tag ist. betty. Alter, wir haben schon 19 Minuten aufgenommen. Das gibt's doch nicht. Scheiße, doch die Wandern. Okay, ich renne noch. Ich schwimme noch zum Haus zurück. Warte. Leben kriegst du mich nicht. Wo bist denn du? Was? Stonebricks. Na ja. Sollen wir hier eine riesige Brücke drüber bauen? Nein. Das wäre zu geil. Wäre heftig. Oder? Challenge accepted. Huhn! Ich habe einen Huhn. Ja, und hier kommt dann noch Hafen, Andockstelle, vielleicht noch ein Schiff. Wir wissen es nicht. Alles Mögliche. Anschließend kommt noch eine U-Bahn-Station. Und... ein Atomkraftwerk. Und... ein Strip-Club. Da darf in keine Minecraft selber darf ein Strip-Club finden. Wo bist denn du? Baumhaus. Achso. Lebelle. Ah, man hört es schon. Ist viel los. So, und, äh, hiermit beende ich die Folge. Wow. Leckt immer hier. Und ich hoffe, ihr erschötert auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt... Let's Play... Minecraft... Together. Together. Ich wollte ein bisschen Spannung reinmachen, deswegen habe ich so lange Pausen. So. Ciao. Servus. Servus. Untertitelung des ZDF, 2020